Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. In dieser Episode geht es um Just Do It. Einfach tun. Da bin ich zum Beispiel ganz, ganz groß drin. Ich habe damals angefangen und habe es einfach gemacht, obwohl viele gesagt haben, warum machst du das eigentlich? Und darüber möchte ich berichten, wie man mit diesem Konzept eigentlich am erfolgreichsten fährt und am meisten Output hat mit dem wenigsten Stress. Ja, genau. Also ich habe damals genauso angefangen, meinen YouTube-Kanal. Ich habe so einfach, einfach angefangen. Ich habe einfach gesagt, ich mache das jetzt. Ich habe damals über Latex-Tutorials, also Latex, das ist so eine Skriptsprache, habe ich meinen YouTube-Kanal angefangen und habe es einfach gemacht. Jeder hat gesagt, was ist das eigentlich? Ich hatte ein paar Freunde, die haben mitgemacht, weil die genauso verrückt waren, sage ich mal. Wir wollten einfach Kurse verkaufen und wir haben einfach angefangen. Wir haben einfach angefangen, Videos zu machen und mir hat es einfach an den Fingern gejuckt. Und ich hoffe, dass du das auch hast, was Marketing angeht, weil nur dann kann man cooles Marketing machen, weil das werden, also es merken gerade, viele Kunden von uns, viele Unternehmen sind einfach sowas von benachteiligt, wenn sie diesen Just-Do-It-Effekt nicht haben. Auch viele Agenturen haben das nicht. Also es ist mega, mega wichtig, dass man, bevor man Ewigkeiten darüber redet, wie ein Post aussehen muss, wie viele Emojis da drin sind, wie viele Smileys der also hat, ob das jetzt eine Badeinsel im Smiley ist oder ob das ein Tennis-Curt sein soll, ein Tennis-Ball oder was auch immer dieser Emoji wiedergeben soll, wie viele Touchpoints es gibt in einer Facebook-Anzeige, ob der Ton mega krass sein soll, wie viel Herz das jetzt hat. Bevor man darüber nachdenkt, sollte man einfach anfangen und das Ganze machen, weil wenn man über alles nachgedacht hat und am Ende guckt es keiner, am Ende sieht es keiner, am Ende drückt keiner auf Like, dann hat er es auch alles nicht gebracht. Also Perfektionismus bringt nicht weiter, nicht der geilste Facebook-Post, der am Perfektionistischen ausgearbeitet wird, wird am Ende bei Facebook geteilt, sondern der mit dem besten Angebot, muss man ganz klar so sagen, der mit dem besten Angebot. Ganz einfach, ich meine, wenn du ein schlechtes Angebot hast und einen richtig coolen Post, wird dein Post nicht geteilt. Wenn du ein richtig gutes Angebot hast, aber einen relativ schlechten Post, wird dein Post trotzdem geteilt. Das ist halt so heftig, also probier es einfach aus, mach einfach, leg einfach los und das ist einfach super, super wichtig. Da kann ich einfach ein paar Beispiele erzählen. Also wir haben schon Mitarbeiter bei uns gehabt in der Agentur und die haben stundenlang an einem Facebook-Post gesessen und der wurde einfach nicht geteilt. Und manchmal ist es auch einfach Glück, beziehungsweise der wurde nicht geteilt, der wurde auch nicht geliked, gar nichts, kam kein Feedback drauf. Und dann gab es wiederum auch Leute bei uns in der Agentur, die machen das einfach, die legen einfach los, die setzen sich einfach hin und denken nicht zu viel nach. Ich glaube, es ist einfach dieses zu viel Nachdenken. Die schreiben einfach drauf los und sagen, hey, hier, wir haben ein cooles neues Produkt, schau mal rein, lachsmiley, gepostet. Und es dauert einfach drei Minuten, zwei Minuten und es wird geteilt. Und da ist es einfach wichtig, dass es natürlich nicht nur auf Quantität drauf ankommt, aber dass du in deinem Business einfach aufpasst, dass du nicht die besten Cover-Bilder für deinen YouTube-Kanal hast, dass du nicht die krassesten Cover-Bilder für deinen Podcast hast, dass du nicht die allergenialste Landingpage mit dem besten Design und der besten Schriftart haben brauchst. Du brauchst einfach einen gewissen Buzz, sag ich mal. Gerade bei Landingpages ist es so. Hör einfach auf deine Agentur, was die sagen. Das kriegen schon viele nicht hin. Wenn die den Button nach rechts machen, dann werden die sich schon was beidenken. Aber es ist eben oft so, dass gerade der Geschäftsführer, ich melde es bei mir auch manchmal so, dass ich dann anfange, wenn andere Leute was zu machen, dass ich mir dann überlege, wie könnte man es besser machen, anstatt einfach zu akzeptieren, dass derjenige, der das gerade gemacht hat, auch gesagt hat, ich mache das jetzt einfach. Und das war in meinem Zeitkontingent, wie viel so eine Aufgabe kosten sollte. Und dann kommst du am Ende als Chef oder jemand anderes und sagst, ey, verändere das nochmal. Und am Ende dauert die Veränderung dann auch nochmal wieder mega lange. Und am Ende wird es aber nicht geteilt, nicht geshared, nicht geliked, nicht was auch immer. Also das ist einfach so super wichtig, dass man oft einfach ins Doing kommt und viele planen wochenlang irgendwie so, ey, wir hatten schon so viele Leute hier sitzen, die haben gesagt, boah, wir planen jetzt gerade ein neues Business-Modell, wir wollen Videos machen über Outplacement, über Beratung im Bereich Finanzen, über dies oder über das, über jenes. Und ja, und von 90% der Leute habe ich nie wieder was gehört. Die haben wochenlang geplant, geplant und geplant, aber haben nicht angefangen, mal ein Video, das sie irgendwie irgendwo mal aufnehmen, am Schreibtisch mit dem Handy, das mal bei YouTube hochzuladen und zu sehen, wie schwierig es eigentlich ist, Aufmerksamkeit zu bekommen, dass man da eigentlich jeden Tag irgendwas hochladen muss. Oder alle zwei Tage und die richtig erfolgreichen Tage zweimal am Tag. Da macht sich so am Anfang niemand Gedanken. Und da muss man natürlich gucken, in welcher Zeit oder wie viel Zeit hast du dann eigentlich sowas zu produzieren? Hast du dann sechs Stunden Zeit, ein YouTube-Video zu produzieren? Nein, hast du nicht. Und das ist einfach mega, mega wichtig, dass man ins Doing kommt, dass man einfach anfängt zu tun. Also das vielleicht nur mal als Blick hinter unsere Kulissen so. Wenn wir uns zwei Tage Zeit für einen YouTube-Kanal, für ein YouTube-Video nehmen würden und würden nicht aufpassen, dass wir kurze Zeit für ein YouTube-Video haben oder das nur in kurzer Zeit drehen, dann würden wir verschwinden inzwischen allen anderen YouTube-Videos. Weil es so viele gibt, die in solcher Geschwindigkeit Videos produzieren können über gewisse Themen. Natürlich passen wir mega auf, dass wir das Ganze vorbereiten, dass es uns auch um das Wissen geht, dass wir mit reinbringen, dass wir neue Expertenmeinungen versuchen reinzubringen, beziehungsweise auf jeden Fall reinbringen, die einen Mehrwert bringen. Und dann ist eben die Soundqualität, die ist natürlich wichtig. Und auch das Coverbild ist wichtig, aber das Coverbild ist nicht das, was dann die Qualität mit sich trägt, der Information an sich, gerade wenn du einen informationalen Kanal hast. Oder gerade wenn du einen Entertainment-Kanal hast, ist es dann das Coverbild, das entertaint oder das Video an sich, dann stört niemand das Coverbild und vielleicht auch niemand den Ton. Und das ist, finde ich, super wichtig, dass man, wenn man eine Business-Idee hat, wenn man Geld verdienen will, wenn man Follower bekommen will, dass man dann einfach was hochlädt. Und oft ist es schwierig, oft hindert die Leute oder dich da draußen, dich hindert dann der Perfektionismus in dir und du musst dir immer eins überlegen. Es ist schlimmer, das Video nicht zu haben, als ein Video zu haben, wo zehn Leute auf Like gehen und fünf auf Dislike. Weil jeder Kontaktpunkt zu den Leuten da draußen, und die Leute gucken deine Videos freiwillig oder die Leute konsumieren auch den Inhalt auf deiner Landingpage freiwillig. Wenn da ein Fehler ist und einer sagt, ich kaufe jetzt nicht das Produkt, weil da ein Fehler ist, dann willst du diesen Kunden eigentlich gar nicht haben. Also ich möchte keine YouTube-Viewer haben, die zum Beispiel sagen, Malte, du hast da und da einen Fehler, deswegen finde ich deine Inhalte doof. Ich möchte diese Leute einfach nicht haben. Das gehört einfach nicht mehr in das 21. Jahrhundert der YouTube-Filmerie rein, dass man einen guten Kanal hat, weil man keine Rechtschreibfehler in seiner YouTube-Description unten hat. Und das ist eben das, wo ich sagen kann, tun, einfach tun. Nicht sich einschüchtern lassen von Leuten, die sagen, ey, du hast da Rechtschreibfehler. Nicht einschüchtern lassen von Leuten, die sagen, hey, die Farbe deiner Website gefällt mir nicht oder die ist ja überhaupt nicht responsive. Einfach machen, wirklich. Einfach machen. Das ist das Geheimrezept. Du kannst nicht jeden Inhalt perfektionieren. Dann bist du raus in zehn Jahren oder wahrscheinlich schon in zwei Wochen, weil du gemerkt hast, es funktioniert gar nicht. Geht gar nicht. Du kannst gar nicht alles perfekt machen, wenn du so ein Projekt vorhast. Du kannst nicht ein Projekt starten, perfekte Soundqualität, perfekte Coverbilder, perfekte Bildeinstellungen, perfekte Kamera, perfektes Konzept fürs Video. Funktioniert eigentlich nicht. Bist du vorher pleite, bevor du angefangen hast. Bis dann, dein Malte. Immer Teufel. Jesus. All's swag. Immer Teufel. Immer Teufel. Immer Teufel. Typische diminuten, nicht imEnd gradakt, ganz im im Team. Nur psychisch.